Lotte ist ein bisschen seriöser. Kommt jetzt hier! Eile! Kurz vor dem Ziel. Ich weiß ja, dass er sich nicht weh getan hat. Da sehen wir es noch einmal. Schreckt am Tor. Und hat keine Chance mehr, sich zu retten. Nach dem Kutsch hier nachher ein Tor erwischt. Lotte ist ein sehr starker Schritt. Und Sie sehen, die Zappauk macht immer sehr hoch. Und wir müssen halten. Heute hat sie ihr Schmerzen.